So liebe Leute, eine neue Runde angezogen mit einem neuen Spiel, das es nicht mehr so neu ist, aber doch schon neue Sleeping Dogs. Ja, Sleeping Dogs, kurze Erzählung, das Ding ist der Nachfolger von True Crime Reihe, es gibt nur zwei LA und New York. Und ja, mehr weiß ich auch nicht, außer dass wir im Dark Cover-Bull sind. Ich hoffe es ist so wie bei True Crime, dass man da wirklich so nebenbei sauviel machen kann, aber das erwarte ich jetzt nicht bei dem Spiel. Aber die Grafik sollte gut sein, weil das ist von Square Enix. Ich bin ungefähr in der Sonn. Er, ich bin ein paar Jahre alt. Ich habe es. Ich bin glaube es. Ich habe auch einen Aufmerksamkeit. Ich bin ja, ich habe noch mehr Geld. Entfernung. Ich habe es. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es für alle Anfehlungen. Ich habe es für mich. Ich bin ein bisschen schlafen. Du hast einen Schlafen. Ich bin ein bisschen schlafen. Ich bin ein bisschen schlafen. Ich bin ein bisschen schlafen. Wir sind in der gleichen Seite, Remember? Die sind ziemlich schlafen. Hey, haben wir ein Geld? Ja, du hast Geld? Hey, wo ist die Richtung? Was? Ein Türkei, er hat einen Schrauben auf dem Weg. Ja, holen Sie ihn. Keine Ahnung, wir sind zu weit entfernt. Junge, keine Ahnung. Ich kann Ihnen drei oder vier Behandlung einstellen. Okay. Was? Meine Scheiß nicht gut genug für Sie? Hey, was ist das passiert? Was ist das? Wer ist das? Hör auf. Hör auf. Hör auf. Komm, komm, mein Freund. Wieso? Nein, komm. Vielleicht können wir ein bisschen ausprobieren. Oh, das war schon, ja. Du hör auf mich. Du wirst uns noch mal geschlagen. Muss noch was? Musik, schön. Joach. Putsch auf mich! Kommt halt auf mich. Das war auch anfangen. Hör auf mich! Los rein! Ich bin auf mich. Ich bin auf mich. Okay, ich laufe. Ja, ich spiel das nicht auf der Xbox, ich spiel das auf dem PC. Mit einem Xbox-Gutola. Ja, ich spiel das, ich spiel das. Ich komische Kamera. Ich hab noch nie. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Geht! 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 K警察! Wir müssen Sie jetzt abrufen! Wir können etwas herausfinden, was wir? Geht! 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 Wir müssen Sie nicht sagen, sondern Sie müssen Sie sagen. aber Sie müssen Sie sagen, wir müssen Sie nicht mehr wissen. Das sieht irgendwie total gelassen aus. Er ist verhaftet. Ja, okay. Wir müssen Sie sagen, was Sie machen hier? Wenn Sie zurückkommen? Wait. Man, Sie sind scheiße. Fuck Sie. 15 Jahre alt ist das. Wir sind keine Kinder mehr. Whatever, Mann. Ask jemanden. Jacky Ma ist immer noch gut. Jacky Ma ist immer noch das gleiche, aber gut zu sehen Sie. Was ist das? Sie endlich aus den USA deportieren? Das war Mutual. Es war Zeit, dass ich nach Hause gekommen bin. Ja. Lock-up. Home, sweet home. Also, was sie dich an? Nichts, was es funktioniert. Ha! Well, sie lassen sich nicht mehr schlafen auf dich. Die Mannen werden versuchen, ich sage dir. Wenn sie hier aus der alten Prosperität passieren, das immer passiert. Hey, so sind Sie noch in touch mit den Leuten von dort? Ein paar, du kennst. Die Leute gehen da separate, aber... Sie erinnern, Winston? Er hat sich bis zum Radpolen in der Sonne an Yee. Ich habe ein paar Sachen mit ihm mit ihm mit ihm, mal ehrlich gesagt. Huh. Red Pole in der Sonne an Yee. Shit. Dahlgeyes hat immer gesagt er würde ihn in der Nähe. Oh. Dahlgeyes ist ein Red Pole, auch. Und noch ein total Polk-Guy. Er ist derjenige, der hat Winston in. Er war ziemlich tight back dann, aber jetzt... Hey, war Dahlgeyes mit deinem Freund? Ja. Das war lange vor. Hey. Remember when we were kids and you stabbed Dahlgeyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. You'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him... Of course, man. Look me up when you get out. Just be like old times. So, so, so. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I have done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun on Yi is the most powerful gang- Look, Raymond. Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants like Winston. All of them. And most of all, the Dragon Head. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei, good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Triads for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. So, I'm not even sure if this is a good movie. It's just a bad movie. I don't know. I'm just sure if you're behind it. You might be two more people. I don't know who you are. But if you're going to be a bad movie. Wait, Shen? Man, this is going to be great. Thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking we up a few years back. But I couldn't find shit. Do they have Internet in America? I think they're getting it next year. ich glaube du bist in prison oder sowas. Komm, komm, raus. Still getting used to being back, huh? So, so, jetzt können wir endlich mal wieder spielen. So, Winston, ein Red Pole jetzt? All diese Territory sind wohl ein Undercover-Gab. Wir müssen uns die Hydrator schlagen, wow. Wir müssen uns die Hydrator schlagen. Eine Sache, wenn wir nach Winston´s, lass mich die Introduktionen machen. Wir sind wirklich nicht in Ordnung von neuen Gesichtern. So, wilder Paranoia? Son-On-Yi hatte einen Rat. Von dem ich hör, sie hat ihn nicht geholfen, hat ihn wirklich langsam und schuldig gemacht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Hey, Jiu-Mei, wie geht's dir, Baby? Jackie, du kennst, meine Eltern wollen nicht mit mir sprechen. Ihre Eltern überhaupt nicht wissen. Wenn wir uns kennenlernen, dann werden sie mich lieben. Du gehst nicht. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Was fühlen der denn am Gesicht hier schon und... Hey, red mal Deutsch mit uns, ey. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Mach'n wir's einmal platt her. Wie? Hö, Hö, Hö. Hö. Was ist mit dem? Wo sind die Kung-Fu-Geräusche? Was ist mit dem Spiel? Ja, mach ich das selber. Alter. Ja. Da... Warte, bleib ich nicht mal aus, was ist das für einer? Da kommt noch mehr, ums Bisse. Da kommt noch mehr Gegner, die machen immer Platz. So, B, ums Block, okay. Und jetzt mit X. B, ums B, ums B, ums B, ums B, ums B, ums B. B, ums B, ums B, ums B, ums B, ums B, ums B. B B B B scheme Uuuu! Huuu! Uuuu! Uuuu! Haaa! Daaa! O-o-o! Baa! Aaaaaaam. Sehr nice. Oh, jetzt kommt der Boss oder was? Da da da. Steh auf du... Pissar. Bam. Schwoebeeeeen! Ja, sooorigen wir das in Hong Kong. Ja, ich bin okay. Bunch of fucking assholes. Sooo, ist alles cool? Du bist herzlich willkommen. Komm schon, Jackie. Lass uns Winston sehen. Also wir sind da jetzt einfach nur hingegangen um uns vermöbeln zu lassen. Oder die zu vermöbeln. Sehr interessant. Wo sind die Gl insektur? Guck mal, Leute. Das ist Wei. Wei-Shen? Ich habe dir über ihn verstanden. Das war's. Wir können nicht in den Existenzen so schau dir. Der Saber 구독en. Ich bin auf vacation, und Jackie hat gesagt, dass du jemanden hast. Oh, Jackie. Nein, 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 nein. Du solltest du gesehen, Winston. Warum hat er sich nur zehn Leute in den Markt auf den Markt gelegt? Ja? Sie haben uns verletzt. Ich denke, du kannst du besser nutzen. Wie ist das? Winston, ich mag dieses Cocky-little-Fucker. Wait, 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 wait a minute. Dang Yat-san, I do remember you. You had a sister, right? Ja, Nimi. Nimi, Nimi Shen. I remember her. Hung on with all guys. No offense. Where is she now? She's dead. She's dead. She's dead. Oh, you see her. So. Ten Leute, huh? You feel us? I'm just crazy. Try capable. We'll see. Conroy. You know that problem we got in the market? Why don't you take away with you? Why don't you take away with you? Hey, Jackie. Hang on a second. I wanna hear more about your friend. So, so, so. Alright. You wanna be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great. That's all I fucking need. Okay. We have to fight again. It's okay. I'd like to do it. So, you're the tough guy, that's the one who's talking about. Oh, oh, oh. Look at that. Oh, oh. You like that? You can fight? Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come on dude. Don't go easy on him. That all you got? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You think your heart's shit, huh? Let's see what happens. You're gonna back down? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alright, I'm gonna beat you and you're gonna take it. Come on. Fight back. Break that smile off your faces. Oh, oh, oh. Why did you get out of here? Huh? You like that? Was ist jetzt schon wieder? Ich bin gerade von dem Schlangen! Von diesem Scheiß-Mixander! Boss, we were just leaving. And it was just getting interesting, too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog-eyes? Oh, Winston, wait, wait, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Hong Yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Hey, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, 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 Wei. What the fuck, man? Seriously, Wei. I apologize. I'm really sorry your sister blew me. The night market is mine, dog-eyes. You got C.O.R. in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, yes. He used to be my friend. Jackie. You took gold in the night market. You make sure people understand that I'm in control, not dog-eyes. Got it? Got it, boss. Moment high. Hey, you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Okay. 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 No problem. You just have to be strong. That's it. Okay. So, we're going to make the Hitler clear now that the boss of the boss are. Oh, there was a gun. Cool. That sucks. She was, you know, really alive. My mother thought maybe a new city, a new country, and the hooks weren't deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah. She gets coughed. She started. Aw, man. And it was dog-eyes that got her into it. Yep. Fucking dog-eyes. You gonna tell Winston? No. You? Shit, Wade. Winston's the boss. But when we were kids, you were the only person who was nice to me. You're my best friend, man. That means more than a boss, you know? Hey, man. Oh, my God. I thought I thought I was a fool of this. I thought I was a fool of this. So, that's probably one of these pendlers that my dog-eyes in the popo to crash. So, you fish. Hey, you brother. You work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs his place and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. It's OK. I need anything. Just come ask. What is that? This is gonna piss dog-eyes off. At some point Winston and dog-eyes are gonna clash man. It's going to be epic. Winston versus dog-eyes. Epic. Woo. You're so too fish. You wanna do the talking? My dad. Wir holen ihn für Winston. Winston? Ich habe gesagt, er ist in Trotspieler. Wir sind hier, um es zu erklären. Was? Willst du sein, der wir benutzen, um die Verlusten zu verhindern? Ich bin nicht zufrieden, Leute. Ich bin ein schwerer Mann. Ich bin froh, dass ich dich sehen kann. Ich bin froh. Ich bin froh. So, gehen wir zum nächsten. Oh, wir können rennen. Cool. Der Markt hier ist cool auf jeden Fall. Geben Müsehändler. Bok Chai? Ey, ich hab noch... Oh, das war so gut. Sie sind gestorben. Ich würde vielleicht verhauen, aber ich bin jetzt nicht gestorben. Aber ist okay. Okay, noch einmal. Go, go, go. Der Riyaden Missionsbruch. Gewalttätige Aktion gegen Feinde erhöhen. Schon irgendwie gewalttätige Spiele. Bist du dafür? Ja, ja, ja. Ich bin froh, ich bin froh. Winston, ich habe nichts mit Winston. Ich habe nichts mit Winston. Jeder hat nichts mit Winston. Ich werde mich übernommen. Wunsch sagen, Winston, Sie haben ihn in Branche zu schausten. Ey, Fellas. Die Träger sind in den Schubel. Ihr Zubel sind in ihr auf die Städte. Komm mal, Leute. Bist du deinen Arsch. Ja, ja. Ähm, wie mach ich das jetzt? Ey, ich würde mich schwer verhauen. Aha. Der ist schon tot, oder? Was? Ey, nee, oder? Oh man. Oh man. Dude. You killed him. He'll be fine. They'll just have to drink through it. We work with Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Hey, fellas. These jerks are moving in on your territory. Come on, guys. Kick his ass. Oh my gosh. Oh man. Oh man. Oh man. This isn't good. Ahm So Du Fisch So Did you have a message for Winston He's obviously better than all guys Please give him this payment for me So Metzger Okay Metzger Metzger But Let's check over there Hey look at that guy He's beating up that old man Okay Hello Don't kill me Ah Hey Oh Oh Hey 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 You let me go I have a treasure map Who'll be rich Oh I'm about to tell you I'm your brother No Come on Bam Hey 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 Oh nein! Ah, das ist Witz wieder. Nicht mit mir zu Fisch. Gehen sie zur Boutique. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, deine Mama macht ein Image. Ja, für sicher. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.